Bam, Freunde, da sind wir wieder mit in MMA News am Donnerstagabend. Nun also doch, Mad-Up gegen Uma im Januar. Jones fordert angeblich 30 Millionen von der UFC und Bryce Mitchell möchte sich nicht anschnallen. Das und ein bisschen mehr nach dem besten Intro auf YouTube. Freunde, schön, dass ihr dann geblieben seid. Wir springen sofort rein mit einer, nicht nur einer, sondern zwei Ankündigungen für Titelkämpfe im Januar für UFC 311. Das hat Dana White auf, ich glaube es war Instagram, offiziell gemacht, wo er es rausgehauen hat. Nee, auf X, auf Twitter. Interessanterweise, obwohl Dana das ja eigentlich immer abgelehnt hat und meinte, jeder der bei klarem Verstand ist, sieht Jon Jones. Als Nummer 1 kündigt er hier Islam Makachev als Pound-for-Pound Nummer 1-Fighter an. Ich meine, ist er ja offiziell auch und wenn es für die Promo gut ist, scheint Dana White das dann auch nicht so genau zu nehmen. Aber ich will jetzt hier keine Seiten hier in Richtung Dana White raushauen, das wird er sowieso nicht mitbekommen. Uma gegen Merab und auch offiziell Islam gegen Aman Saduqian. Darüber, glaube ich, braucht man gar nicht so viel sagen. Das haben sowieso schon die berühmten Spatzen von den Dächern gepfiffen, dass die beiden gegeneinander kämpfen. Es waren nur noch nicht offiziell und da hat es noch mal viele gewundert, okay, warum ist das noch nicht unter Dach und Fach? Jetzt ist es unter Dach und Fach. Auch Khabib Nurmagomedov hat sich schon geäußert und gesagt, hoffentlich überlebt er diese Nacht. Denn zwei Titelkämpfe zu coachen, also er wird in der Ecke von beiden stehen, das wird für ihn eine Mammutaufgabe. Und er weiß gar nicht, ist ihm nicht sicher, ob das jemals zuvor passiert ist. Ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht sicher, ob schon mal ein Coach hintereinander in zwei Titelkämpfen gewesen ist. Wir werden sehen, ob das erfolgsversprechend ist und wie viel Kilo an Schweiß Khabib Nurmagomedov da in dieser Nacht dann abnehmen wird. Es ist interessant, dass dieser Fight jetzt doch kommt und ich will jetzt nicht behaupten, das ist von Merab eventuell eine strategische Entscheidung gewesen. Dana hat ganz klar gesagt, Merab hat angerufen oder kam in sein Büro und hat gesagt, ich habe die Schnauze voll von diesen respektlosen Äußerungen von Uma Nurmagomedov. Ich will diesen Fight so schnell wie möglich. Dana hat diesen Wunsch erhöht, er hört, hat Uma angerufen, der war gerade in Dagestan am Pennen, konnte den allerdings aus dem Bett bekommen und der hat gesagt, alles klar, kein Problem, überall an jedem Ort, ich bin dabei. Hat zugestimmt. Ich will jetzt nicht sagen, dass das vielleicht von Merab irgendwie eine Taktik ist. Ich will eher darauf hinaus, ist das eventuell von Uma unvernünftig, diesen Fight jetzt relativ kurzfristig anzunehmen. Weil, und natürlich habe ich da auch einen Grund für meine Annahme, zunächst müssen wir festhalten, Uma geht als Favorit in diesem Fight. Nicht als brutal unrealistischer Favorit, minus 170 zu, ich glaube es sind plus 142 für Merab. Das liegt relativ dicht beieinander. Vielleicht hätten da einige gedacht, aufgrund der Null im Kampfrekord, dass Uma da der größte Favorit ist. Aber ich glaube eine Sache, die auch die Buchmacher da durchaus auf dem Zettel haben, ist dieser Post hier von Uma Numa Gomerov. Das Ganze war am 30. November und da hat er geschrieben, er hatte eine kleine Fraktur am Arm und kann im Januar nicht performen, kämpfen. Jetzt geht es seinem Arm allerdings wieder gut und er ist offen für alle Angebote. Gegen jeden, überall, das ist ihm egal. Dass er einen Titelkampf bekommt, ist natürlich die Kirsche on top, gegen Merab, dieser Fight. Aber heißt das jetzt, Uma ist nicht fit? Vor allen Dingen fit, wenn er den Arm jetzt wieder komplett benutzen kann. Ich gehe nicht davon aus, dass jetzt Uma als auch Merab auf diesem Niveau noch, was ist denn hier mit dem T-Shirt los, sieht ja unordentlich aus, Bako, hast du im Schrank gepennt oder was? Dass die beiden jetzt einen neuen Skill dazulernen. Man kann es natürlich immer noch weiter verbessern und on point sein, genau dem Tag, safe. Aber dass jetzt keiner dann, oh shit, jetzt habe ich endlich mal den Single-Leg-Takedown gelernt. Das wird keine große Rolle spielen. Aber was, glaube ich, eine große Rolle spielen wird in diesem Fight, ist die Fitness, ist die Kondition. Und wenn Uma jetzt vielleicht vorher nicht trainiert hat oder nicht ausreichend trainiert hat, wie gut ist seine Kondition, seine Ausdauer in einem Fünf-Runden-Fight gegen Merab D'Alishvili, dessen mit größte Stärke seine Ausdauer ist, dass der konstant nach vorne kommt und du den Gefühl gar nicht aufhalten kannst. Und das wird interessant sein in diesem Fight. Wie laufen dann Runde 4 und 5 ab? Er geht damit schon ein Risiko ein. Er weiß mit Sicherheit auch, dass er das, wenn er jetzt wirklich fit ist, eigentlich nicht ablehnen konnte. Nach all dem, was er natürlich vorher auch gesagt hat. Das war jetzt nicht unter der Gürtellinie, aber nachdem wir Merab immer wieder auch provoziert hat. Und wenn jetzt Merab in die Öffentlichkeit gegangen wäre und gesagt hätte, ich war gerade eben bei Dan Omaid, der hat angerufen und Uma hat gesagt, ja nee, ich bin nicht bereit, ich bin nicht fit. Der wollte den Fight nicht, ich habe es ihm angeboten. Ja, dann wäre wahrscheinlich erstmal ein anderer wieder an der Reihe gewesen. Und ja, Uma hätte sich vielleicht erstmal dem Hohn und Spott der Öffentlichkeit aussetzen müssen. Auch wenn es, ich betone das nochmal, für Fighter gerechtfertigt ist, wenn man nicht fit ist oder gar eine Verletzung hat. Dass man sagt, passt mir jetzt halt nicht das Datum. Aber Uma macht zwar eigentlich, wie es die meisten Herausforderer machen, packt die Gelegenheit, auch wenn er vielleicht nicht 100% fit sein wird. Könnte ein Faktor in diesem Fight sein, weswegen vielleicht auch die Quoten so dicht beieinander sind. Wie gesagt, ich unterstelle es jetzt nicht Merab, dass er das jetzt mit einkalkuliert hat, aber ich würde auf Umas Seite doch ein bisschen zur, hätte ich zur Vorsicht geraten, ob man wirklich diesen Fight annehmen sollte, wenn man nicht fit ist. Jetzt, schlussendlich werden wir das am, ich glaube es ist der 18. Januar, erfahren, wie der Fight abläuft, wer wie aussieht und wie es dann vielleicht in den späteren Runden geht, falls wir die überhaupt sehen werden, ob das im Endeffekt ein Fehler war von Uma. Eine geniale Entscheidung vom Team von Merab, das Ganze jetzt so kurzfristig zusammenzupacken. Warten wir mal ab, wie es ablaufen wird. Fabi wird jede Menge zu tun haben. Wir bekommen zwei richtig gute, interessante Titelkämpfe. Der Januar wird auch wieder ein richtig guter Monat. Und jetzt müssen wir über einen Mann mit einem ganz großen Portemonnaie sprechen, Turkey Al-Sheik, der auch richtig große Fights auf die Beine stellen möchte. Ich habe es auch mitbekommen, dass er, ich meine, Mike Tyson 700 Millionen angeboten hat, wenn er einen Rückkampf mit Jake Paul annimmt und, ich glaube, Bedingungen auch, ihn innerhalb von drei Minuten K.O. schlägt. Also nicht nur den Fight anzunehmen, so viel Geld hat Al-Sheik dann auch nicht zu verbrennen, aber wenn er ihn in den ersten drei Minuten K.O. schlägt und damit könnte man natürlich, also ich will mir gar nicht vorstellen, ich bin jetzt nicht scharf auf diesem Fight, ich will mir aber nicht vorstellen, nehmen wir mal, es kommt so. Jake Paul sagt, okay, warum nicht? Für eine Menge Kohle bin ich dabei. Mike sagt, okay, und er schafft es, Jake Paul auszunocken in drei Minuten. Und dann wird ja jeder schreien, der erste Fight war hundertprozentig gestellt. Wenn mit dieser Motivation Mike es wirklich schafft, innerhalb von drei Minuten. Aber ich hoffe nicht, dass das zustande kommt, aber 700 Millionen ist natürlich erstmal eine ordentliche Hausnummer. Aber Al-Sheik hat gesagt, dass er auch bei Francis Ngano die Schatulle, die Schatzkammer aufmachen will und sich da etwas überlegen möchte, irgendeinen Fight auf die Beine stellen möchte und er sagt, ob das MMA ist, ob das Boxen ist, er möchte einen Fight Jones gegen Ngano, zu machen und zur Not müsste man Dana da irgendwie zum Mond schießen, damit er da mitmacht. Und bei Ngano sagt er, da gibt es auch Optionen, er will sich mit Wilder treffen, um bei ihm zu sehen, ob er noch das Auge des Tigers hat, ob er noch das Feuer hat, um diesen Fight zu machen. Ich meine, wenn du natürlich so viel Kohle hast, und ich glaube, drei Milliarden sowas um den Dreh, das wird so, glaube ich, sein Vermögen sein, das Offizielle, vielleicht inoffiziell sogar noch mehr. Aber der hat schon ja nicht nur Fuck You Money, sondern Fuck You, Fuck Me, Fuck Everybody Money, damit kannst du natürlich Fights auf die Beine stellen, die vielleicht sonst niemand anders auf die Beine stellen kann. Dana hat darauf schon geantwortet und geschrieben, nein, das ist absolut nicht wahr, also absolut erfunden, John gegen Tom, das ist der Fight, den er machen möchte. Ich habe ja schon in einem vergangenen Video darüber gesprochen, dass die UFC, ich will nicht sagen Glück gehabt oder Glück hatte, sondern, dass sich das für die UFC einfach sehr gut ergeben hat, dass jetzt gefühlt sogar mehr Leute über Espinel gegen Jones sprechen, als noch über Jones und Ngannou, weil Espinel einfach diesen Lauf hingelegt hat, Interim Champion ist und viele sagen, der ist jetzt eigentlich der baddest man on the planet. Ist auch ein interessanter Fight, zu Jones kommen wir gleich noch. Der hat angeblich eine Forderung gestellt, Ich will nochmal kurz das hier einblenden, denn das wird auch niemals nicht lustig sein, wie sich hier White und Al-Chic die Hand reichen und im Anschluss Turkey ihn einfach mal mitnimmt an der Hand und man sieht, glaube ich, förmlich, wie unangenehm das, was heißt unangenehm, aber Dana, ich glaube nicht, dass er das großartig kennt, mit einem Mann Händchen halten zu gehen, also kulturell für ihn kennt er nicht was anderes und er sieht hier schon von seinem Blick aus ein bisschen wie so ein kleiner Junge, der jetzt einfach mitgeschliffen wird und so, du machst jetzt, was ich dir sage, pass mal auf, du hast hier jetzt kein Mitspracherecht, werde ich auch niemals nicht lustig finden, diese Nummer, weil er da aus dieser Situation irgendwie auch gar nicht rausgekommen ist, obwohl er sich schon, glaube ich, denkt, warum, aber gut, das sind dann manchmal, glaube ich, auch so kulturelle Unterschiede, wurde da kurz mit an die Hand genommen und es gibt das Gerücht, ist wie gesagt nur ein Gerücht, dass Jones angeblich 30 Millionen verlangt, um gegen Espinel zu kämpfen. Die Art von Kohle, das hat er ja auch gesagt auf der Pressekonferenz, die es für ihn so ein bisschen egal macht, ob er diesen Fight jetzt tatsächlich gewinnt oder verliert, einfach dieses Geld, was ihn das dann vergessen lässt. Ich weiß gar nicht, ob es diese Summe gibt beziehungsweise ob 30 Millionen diese Summe ist. Ich hätte eigentlich gedacht, dass da noch eine sehr, eine deutlich unrealistische Zahl Jones irgendwie vorschwebt, so wir wollen es dreistellig machen, ich will die 100 Millionen haben, was unrealistisch wird, dass die UFC das bezahlt. Weil ich glaube nicht, dass Jones Geld, ich weiß nicht, ich kenne ja seine persönlichen Verhältnisse nicht, vielleicht ist er auch der größte Glücksspieler und macht a la Drake jede Woche irgendwie eine totale Bananenwette, die dann komplett in die Hose geht. Aber braucht Jones jetzt unbedingt noch so viele Millionen mehr, um ein komplett anderes Leben zu führen? Ich meine, keiner sagt nein zu zusätzlicher Kohle, aber wenn du, sage ich mal, 30 Millionen auf dem Bankkonto hast, du hast dein Haus, du bist relativ gut abgesichert, du kannst die Sachen machen, die dich glücklich machen, wie viel glücklicher bist du dann mit 60 Millionen auf der Bank? Wenn einer 0 hat und du gibst dem 30, der ist super glücklich. Aber wenn du schon 30 hast, ist der Glücksfaktor genauso hoch wie der von 0 auf 30? Ich behaupte, nein. Ich behaupte, da macht es dich glücklicher, wenn du mit 30 Millionen und deinem zu 0 Rekord, ich weiß ja so offiziell, ich meine Hamillis grüßen, aber wenn du mit diesem Rekord dann zu Hause sitzt, vor deinem Kamin mit den ganzen Gürteln und sagst, ah cool, mich hat keiner ausgenockt, mich hat keiner surmittelt, mich hat keiner eindeutig besiegt, coole Karriere. Als wenn du sagst, ich habe 60 Millionen jetzt auf dem Konto, aber im letzten Fight eventuell ausgenockt worden, surmittelt worden. Ich gehe nicht davon aus, dass das automatisch passieren muss, wenn dieser Fight kommt, aber es ist natürlich eine Möglichkeit. Ich würde mich freuen, wenn dieser Fight kommt. 30 Millionen ist ein ordentliches Preisschild. Da muss man natürlich seitens der UFC auch überlegen, damals hat man das schon abgelehnt, da hat er so eine ähnliche Summe verlangt, glaube ich, gegen Francis Ngannou. Wie viel verkauft Jones wirklich? Keiner kommt an McGregor ran in der UFC. Der hat wirklich richtig ordentlich verkauft, dass sich das für die UFC auch immer gelohnt hat. Aber auch, glaube ich, jetzt dieser Fight von Jones und Espinel, wird der wirklich so viel verkaufen? Weil um diese Verkäufe zu holen, diese Allah-Khabib-und-Connor-Verkäufe mit 2,4 Millionen, war, glaube ich, da die Pay-Per-View-Zahlen. Natürlich auch im Zeitalter von, viele können es streamen und irgendwo illegal gucken. Du musst die Gelegenheitsfans dafür abholen. Du musst die Fans abholen, die nicht regelmäßig einschalten. Die Hardcore-Fans, sage ich mal, oder die, die bei jeder Veranstaltung dabei sind, die sind Logo auch da dabei. Und die, die sonst auch, sage ich mal, illegale Möglichkeit finden, zu streamen, irgendeinen gecrackten Stream oder sowas haben, die machen es bei dem Fight, die machen es auch bei allen anderen Fight. Also da wirst du nicht so viel Unterschied, glaube ich, haben. Aber die Gelegenheitsfans ranzubekommen, die wirklich nur sagen, ich schaue es eigentlich nur, wenn was Großes ist, die müssen auch das Gefühl haben, es ist was richtig Großes. Die müssen, und dann muss diese Show einfach mit dabei sein. Dann muss einer, der extrem arrogante Typ sein, wo alle hoffen, weil er muss doch auf die Fresse bekommen. Du musst das Gefühl haben, du hast irgendwas richtig Besonderes. Eine richtige Rivalität, richtigen Hass oder eine Null steht auf dem Spiel. Vielleicht ist das bei Jones und Espinel so. Ich glaube, da muss aber noch deutlich mehr Tamtam drum gemacht werden, damit das irgendwie, ja, realistisch wird. Ein anderer Superfight, der vielleicht kommen könnte, zumindest wenn es nach Rico Verhoeven geht, ist ein Fight zwischen ihm und Francis Ngado. Haben wir schon mal zusammen trainiert, sagt, relativ locker, hat auch viel Spaß gemacht. Er sagt, der beste Kompromiss wäre hier ein Boxkampf. Vielleicht kommt er auch als Schick wieder mit ins Spiel, dass er da die Geldbörse aufmacht und diesen Fight möglich macht. Hier steht wahrscheinlich deutlich weniger im Weg, als wenn Jones mitkämpfen soll, denn da muss die UFC mitspielen. Und Rico sagt, Kickboxen, da habe ich einen Vorteil. MMA hat er definitiv einen Vorteil. Boxen, das ist vielleicht genau die Mitte, auf die wir uns einigen können und wo wir einen richtig guten Fight abliefern können. Rico, das hat er ja selber, glaube ich, auch gesagt, hat jetzt so ein bisschen Blut geleckt, hat gesehen, Alex Pereira, wie viel unglaublichen Erfolg er hatte und dann hat es bei ihm schon ein bisschen gejuckt, eventuell auch sein Glück zu versuchen. Und das sind natürlich diese Superfights, sportartenübergreifend, das kannst du, wenn du diese Fuck-You-Money-Kontostände hast, dann kannst du sowas natürlich versuchen, auf die Beine zu stellen. Woran ich mich bei Rico immer noch erinnere, so ein kleiner von mir, so aus meiner mentalen Kiste, ist, ich glaube, einer der wenigen, die bei Joe Rogan waren und ich will jetzt nicht genau sagen, es waren 30 Minuten, aber es waren, glaube ich, auf jeden Fall war es unter einer Stunde, bin ich mir sicher, weil da überhaupt nicht die Chemie gestimmt hat. Also das war so teilweise auch ein bisschen Fremdschämen, dass Rogan da dann irgendwann dann, okay, alles klar, danke, dass du da warst. Also das war eine super kurze Nummer. Also da, die beiden sind irgendwie auf gar keinen gemeinsamen Nenner, auf keinen grünen Zweig gekommen. Aber er ist natürlich ein extrem guter Fighter und natürlich ist das ein spannender Fight, auch wenn er zum Boxen geht. Natürlich ist das irgendwo auch eher ein Fun-Fight, ein super Fight in der Richtung, wir haben zwei sehr prominente Leute aus unterschiedlichen Sportarten, die sich jetzt in der dritten Sportarten den Boxen irgendwie messen wollen. Aber wie gesagt, wenn die Saudis einfach die Kohle haben und das promoten, dann sind solche Fights einfach möglich. Du brauchst für sowas einfach nur die Kohle. Das wäre wahrscheinlich auch, Tyson Fury gegen Francis Ngannou wäre wahrscheinlich nicht möglich gewesen, wenn das Ganze nicht im Osten stattgefunden hätte, sondern wenn jetzt versucht hätte, der Dana das irgendwo in Vegas zu machen, das wäre wahrscheinlich schon deutlich schwieriger geworden oder jeder andere Promoter. Also da brauchst du einfach diese Kohle, um das Ganze so auf die Beine zu stellen. Ich bin gespannt, was passieren wird. Ngannou scheint ein Faktor zu sein, gegen wen er kämpfen wird, ob die UFC sich damit so viel Kohle und so einem starken Partner an der Seite irgendwo breitschlagen lässt. 2025 könnte, was das angeht, sehr, sehr spannend werden. Es ist Zeit für den Bryce der Woche oder den Mitchell des Monats oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Bryce Mitchell wieder mit einer etwas kontroversen Aussage, er mag es nicht, sich anzuschnallen. Anschnallgurte, darauf, oder mal anders, er sagt, er weiß nicht, warum der Staat entscheiden sollte, dass er sich anschnallen soll. Er sagt, der Staat wischt mir nicht den Hintern ab, warum sollte er entscheiden, ob ich mich anschnalle oder nicht? Ich denke, da geht es ein bisschen um, wer versorgt dich schlussendlich, wenn du einen Unfall hast und dann nicht mehr selber für dich sorgen kannst. Also das ist wahrscheinlich das Interesse des Staates oder auch der Versicherung, dass ein Schaden möglichst minimiert wird. Und er sagt, ich selber, ich trage halt keinen, meine Mutter hat auch nie ein Sicherheitsgurt getragen, da ist auch nie was geschehen und die Regierung sollte mir das auch nicht auferlegen dürfen. Und er sagt, was ist denn, wenn ich mal rausspringen muss, mich abrollen muss, daran denkt wieder mal keiner. Witzigerweise schnallt er allerdings sein Kind, seinen Sohn an. Also da liegt er, also da scheint es dann für ihn vielleicht doch zu funktionieren. Gut, es ist ein kleines Kind, bleibt vielleicht dann auch einfach nicht still sitzen, aber er selber möchte keinen tragen. Ich behaupte einfach mal, unabhängig jetzt von der Logik, wenn ich mag die Beweglichkeit und ich muss mich rausrollen, aus welcher Situation auch immer das passieren sollte, es gibt ja auch in Deutschland durchaus Ausnahmen. Und da spreche ich aus Erfahrung, nicht für mich, sondern von meinem alten Herrn, der viele, viele Jahre Taxifahrer gewesen ist. und Taxifahrer haben halt aus Sicherheitsgründen diese, also vielleicht ist das eine Story, wenn einer von euch Taxifahrer ist und mein Vater hat mich ja auch nur verarscht, aber der hat mir halt, und es hat für mich immer Sinn gemacht, dass Taxifahrer sich nicht anschnallen müssen, einfach wenn etwas passiert im Taxi oder wenn die dort überfallen werden oder jemand will den irgendwie ans Leder, die möglichst schnell den Wagen verlassen können. Und deswegen müssen die sich nicht anschnallen. Ich weiß nicht, ob das eine Räuberpistole war, aber also wenn, wenn ich mit meinem Vater nur ein herzes Wörtchen sprechen müssen, dann sitze ich nächstes Mal wahrscheinlich hier mit einem blauen Auge. Und mein Vater hat zusätzlich, aber das, ich weiß noch nicht, es ist ja nicht Platzangst, sondern es ist auf jeden Fall, hat er eine Befreiung vom Arzt bekommen. Also auch nach seiner Taxifahrerkarriere musste er keinen Anschnallgurt tragen und das ist immer eine witzige Situation, wenn man von der Polizei angehalten wird, weil mein Vater wird relativ häufig natürlich deswegen angehalten und dann zücken die Polizisten natürlich schon den Strafzettel und wollen ihn belehren und er hat dann immer das Papier dabei und ja, das eine oder andere Mal hat er da schon richtig angesickte Gesichter gesehen, als er wieder weiterfahren konnte. Also sprecht mit eurem Arzt, vielleicht bekommt er da auch eine Ausnahmegenehmigung, aber ein Schnellgurt haben natürlich schon ihren Sinn. Ich glaube, darüber müssen wir jetzt auch eigentlich nicht sprechen. Für mich bringt das aber ziemlich gut auf den Punkt, was er da sagt, die USA, Amerika, dieser Freiheitsgedanke. Selbst wenn es vielleicht zum eigenen Nachteil ist, aber die Amis wollen sich nichts diktieren lassen. Freiheit steht da an oberster Ordnung. Auch wenn es gut gemeint ist, du sollst dich ja anschnallen, nicht jetzt aus irgendwelcher Schikane, sondern du sollst dich ja anschnallen, weil es die Chancen, einen Verkehrsunfall besser zu überstehen, erhöht. Aber Bryce Mitchell sagt auch, nein, dann hat er noch ein anderes Szenario, ich muss mich abrollen oder was auch immer. Er möchte es einfach nicht vorgeschrieben bekommen. Ich bin mir sicher, wenn es auch diese Vorschrift nicht gäbe und keine Strafe, wenn du dich nicht anschnallst, würde es vielleicht sogar machen. Aber er ist so dagegen, dass er dann sogar das Sicherheitskonzept hier über Bord wirft. Ich denke noch ein bisschen drüber nach, über den Mitchell des Monats, weil er ja einige Sachen immer mal wieder reinbringt, wo man sich zumindest ein bisschen wundert über seine Thesen. Hat ja diesen Neurolink von Elon Musk auch irgendwie als Werkzeug des Satans bezeichnet. Okay. Ich finde es spannend, über solche Dinge zu sprechen und vielleicht haben wir ja den Mitchell des Monats immer mal wieder mit dabei. Ian Gary ist, muss man hier, finde ich, anerkennen, zumindest ein ehrlicher Mann. Angesprochen auf, wurdest du eigentlich submitted? Sagt er ganz klar, ja, wurde ich. Aber er fordert Rachmaninoff heraus und sagt, mach es doch jetzt, wenn es darauf ankommt. Vor all den Leuten, vor den grellen Lichtern, mach es, wenn es um etwas geht, in einem wirklichen Fight in der UFC, wiederhole es. Er sagt, ich selber könnte auch mich irgendwie schmücken mit Erfolgen oder wo ich Fighter im Training sehr schlecht habe aussehen lassen. Dann würdet ihr alle direkt sagen, boah, ich bin der beste Fighter der Welt, aber zum einen ist es Training, zum anderen liegt das jetzt auch schon zwei, drei Jahre zurück. Wenn dir das so viel bedeutet, kannst du natürlich damit Werbung machen. Ich denke, das war von Rachmaninoff auch mehr so ein Reagieren. Er wird angesprochen, oh, was war denn mit diesem Sparring? Es sah doch knapp aus. Und dann ist es vielleicht auch klar, dass man ausholt und sagt, ja, dann schau dir mal das ganze Sparring an, so knapp war es eigentlich nicht. Aber Ian Gary sagt, ich habe mich weiterentwickelt und ich bin jetzt ein komplett anderes Tier nochmal, ein anderer Fighter geworden und du wirst überrascht sein, wenn wir uns dann schlussendlich treffen werden am Samstag. Hat auch noch bei der, bei dem Media Day, wo die Presse Fragen stellen kann, so einen kleinen Rant losgelassen gegen Colby Covington. Sagt, komisch, als ich den herausgefordert habe, nix, kein Mucks. Jetzt war Buckley frei, sofort ist der noch auf angesprungen und der Fight kam zustande. Zeigt für mich einfach nur, Colby ist ein Feigling und will den Fight gegen mich nicht. Rachmaninoff hat auch, ich bin ein bisschen auf die Pressekonferenz gespannt, mal gucken, wie es da abgehen wird. Der hat das Ganze ein bisschen belächelt und sagt, er ist ein bisschen desillusioniert. Ian Gary, zum einen, dass er denkt, zum anderen auch, dass er aufsteigen möchte und gegen Kamsa Chimaev kämpfen möchte als nächstes. Er glaubt, dass Ian Gary schon beim ersten Schritt stolpern wird und das ist der Schritt, gegen ihn überhaupt zu gewinnen. Und er sagt auch, der Hauptgrund, warum ich kämpfen wollte, ich war jetzt lange inaktiv und ich weiß nicht, wie lange Belal ausfällt und deswegen wollte ich unbedingt auf dieser Kart bleiben und habe jetzt diesen Fight angenommen. Was man natürlich auch nicht komplett außen vor lassen kann und ich kenne jetzt von Schafgarten nicht die finanzielle Situation oder welche Geschäfte er noch irgendwie führt oder was er an Besitz hat, was ihm irgendwie Geld einbringt. Aber Geld kann natürlich ja auch ein Faktor sein, dass du einen Fighter jetzt damit vielleicht auch ein Stück weit unter Druck setzen kannst, was dann wieder für die UFC spricht. Ich bin ja kein Freund davon, die Fighter schlechter zu bezahlen, aber wenn du jetzt anfängst, jeden in der Top 15 schon zum Millionär zu machen, ja, dann werden wahrscheinlich viele Leute sagen, ja, ne, dieser Fight, den passiere ich jetzt mal und ich warte auf die nächste Gelegenheit. Gregor Gillespie ist so ein Beispiel, ich glaube, den hat die UFC noch nicht mal zum Millionär gemacht, aber der hat genug Geld verdient, um einfach nur jeden Tag fischen zu gehen und der war damit zufrieden und da war es super kompliziert, noch einen Fight für ihn auf die Beine zu stellen. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt zurückgetreten ist oder nicht oder ob er noch kämpfen wird, aber das kann natürlich eine Gefahr sein, wenn es den Fightern finanziell zu gut geht, dass man sagt, ich warte nur auf die richtigen Gelegenheiten. Ob das jetzt bei Nachmarnow so ist, weiß ich nicht. Er sagt auch, vielleicht hat der eine oder andere das Gefühl, ich habe es mir noch nicht verdient, um den Titel zu kämpfen, die möchte ich hier auch eines Besseren belehren und möchte einfach gegen Ian Gary abliefern und wir werden sehen, ob er der schwierigste Gegner meiner Karriere sein wird oder nicht. Er ist natürlich guter Dinge, ich freue mich auf einen Fight von zwei Kämpfern, die ungeschlagen sind, auch wenn ich, und ich denke, meine Prognose wird so Freitagabend kommen, dann haben diejenigen, die Bock drauf haben, noch Zeit, nicht nur Freitagabend, sondern auch den Samstag über sich das Ganze reinzuziehen, ich befürchte, das wird ein ziemlich langweiliger Fight. Und ein weiterer Kämpfer bei Bellator, der unzufrieden ist, Patchy Mix, der auch gesagt hat, eigentlich will ich das nicht, also ich bin ja eigentlich zufrieden, aber wenn man für einen mehrfachen Champion keine Verwendung hat, dann muss ich leider auch darum bitten, dass man mich aus meinem Vertrag entlässt. Patricio Pitbull hat das schon getan, hat darüber gesprochen, einige andere Fighter davor, wo es nicht so aussieht, als dass es da irgendwie eine Einigung gibt, sehr namhafte Fighter auch schon. Musashi eine davon. Also Bellator verliert da jetzt einige Fighter, inwieweit das jetzt wirklich auch nur eine finanzielle Frage ist, das steht da jetzt erstmal im Raum. Aber ich kann mir vorstellen, keiner kann Geld drucken, dass wenn du natürlich auch Francis Ngannou, was mit Sicherheit öffentlichkeitswirksam war und auch mit Jake Paul so eine Kooperation zu machen, was aber auch viel Geld gekostet hat, dass du das irgendwo anders sparen musst. Und wenn dieser Fight von Ngannou gegen Federer wirklich so gefloppt ist, wie das den Anschein macht, also dass das kaum jemand wirklich gekauft hat als Pay-Per-View, ja, dann war das vielleicht ein Minusgeschäft, wo man jetzt irgendwo die Kohle wieder reinholen muss und sagt, nee, wir können uns gar nicht leisten, Patchy Mix, Patricio, Pitbull, Musashi, den ganzen Leuten Fights zu geben, weil, wenn die abliefern, oder vielleicht haben die auch nur eine garantierte Gage, ja, dann kostet uns das vielleicht für eine Kart auch drei, vier Millionen, die Kohle haben wir gar nicht, um das auf die Beine zu stellen. Aber auch Patchy Mix, muss ich sagen, interessanter Fighter, würde ich auch gerne in der UFC sehen, wenn Belleta das macht, weiß ich natürlich nicht, beziehungsweise die PFL, ob sie irgendwann keine andere Wahl haben, weiß da nicht genau, wie die Verträge aufgebaut sind, ob die da einfach dann auch auslaufen, ob es da Klauseln gibt, wie bei der UFC, die das Ganze erschweren. Auf jeden Fall ein weiterer Top-Fighter bei Belleta, der sehr unzufrieden ist. Und zum Abschluss, gehen wir so ein bisschen in die Grappling-Welt. Mikey Musumeci, der ja jetzt bei der UFC unter Vertrag ist und dort Grappling wieder great machen möchte oder überhaupt erst so in den Fokus stellen möchte, hat sich so ein bisschen ausgelassen über Grappling und den derzeitigen Status und hat gesagt, aktuell sind wir so ein bisschen barbarisch unterwegs, jeder ist da am Stoffen und hat kaum Moral und er möchte das halt über die UFC auf so eine große Bühne verfrachten. Er sagt, die UFC ist eine professionelle Firma und dort gibt es Doping-Tests und das ist genau das, was wir jetzt brauchen, damit die Leute, die jetzt am Stoffen sind, entweder die sterben aus oder die passen sich an, aber auf jeden Fall können die dann nicht mehr mit Stoff irgendwas erreichen. Und es war natürlich klar, dass Gordon Ryan, der ja offen auch darüber spricht, dass gestofft wird, dass er selber auch stofft, also dass er irgendwelche zu Hilfsmitteln greift, zu Anabolen-Steroiden oder whatever und der hat jetzt darauf geantwortet und Mikey Musumeci ordentlich vor den Bus geschubst und gesagt, dieser Typ labert wirklich von Ethik und von Moral, der ist in 37 verschiedenen Jiu-Jitsu-Teams gewesen, hat sich immer nur das Beste für sich rausgezogen und als er nichts mehr lernen konnte, nichts Neues dazu addieren konnte zu seinem Stil, ist er weitergegangen. Der will mir jetzt von Moral erzählen, bei dem fehlt schon an Loyalität, er ist eine kleine Ratte und der redet über Betrügen. Gordon Ryan sagt hier nochmal, Steroide sind nicht illegal in 90% der Veranstaltungen beim BJJ oder beim No-Gee-Grappling und er sagt, das ist für ihn einfach nur eine Ausrede, weil er nicht das schaffen kann, was andere, wie zum Beispiel Gordon Ryan, erreicht haben, auch zu erreichen. Er sagt, er kriegt regelmäßig ADCC-Einladungen, das ist ja so ein bisschen olympische Spiele, der Grappler und da hat er immer irgendeine fadenscheinige Begründung, warum er ablehnt, einfach weil er nicht glaubt, dass er bei diesem Regelwerk gewinnen kann und Gordon Ryan hält jetzt nicht sonderlich viel von zumindest den Aussagen. Ich glaube, Gordon Ryan war auch bei Jerome zu Gast, da hat er auch drüber gesprochen, dass er auch mit Musumeci trainiert hat. Gut, deswegen kommt auch vielleicht die Aussage, vielleicht war er auch bei ihm im Team und ist dann weitergezogen, nachdem er nichts mehr lernen konnte. Ich meine grundsätzlich, meine Meinung dazu ist, ja, es ist vielleicht jetzt nicht super loyal, dass du jetzt nur bei einem Team bleibst, aber es ist ja auch ein Einzelsport und auch wenn die Vorbereitung kein Einzelsport ist, aber du lieferst schlussendlich ab, du willst dich verbessern und wenn das Ganze jetzt nicht auf irgendeine Art hinterhältig abläuft, wobei ich mir nicht vorstellen kann, wie das hinterhältig ablaufen soll, wenn du irgendwo hingehst, du hast das Gefühl, du hast wie ein Schwamm alles aufgesaugt, was du dort aufsaugen kannst, du willst aber noch besser werden oder noch andere Dinge erlernen, das gibt mit Sicherheit Teams, die einen, die sind super bei Attacken auf dem Bein, die anderen sind super in der Top Control, die anderen sind super in ich hole mir den Rücken, dann ist es eigentlich nicht verkehrt, vom Team zu Team zu gehen und dir die besten Sachen rauszupicken, um dann einfach noch ein besserer Fighter zu werden. Die Sache mit den Steroiden, das stimmt natürlich, es ist nicht verboten, aber es ist natürlich auch ein Faktor, wenn Leute, die das jetzt gar nicht machen wollen, die sagen, ich befürchte einfach die Langzeitfolgen für meinen eigenen Körper, aber du kannst einfach nicht mithalten. Natürlich ist jetzt die Idee hinter Grappling, Brazilian Jiu-Jitsu, Luta Livre, Nogi Grappling, wie auch immer wir das jetzt bezeichnen wollen, aber die Idee dahinter, war ja irgendwann mal der kleinere Mann, kleinere Frau soll auch eine Chance haben gegen einen körperlich überlegenden Gegner. So, was jetzt aber über die Jahre natürlich passiert ist, dieser Sport wurde nicht nur ausgeübt von denjenigen, die klein und schmächtig sind, sondern irgendwann natürlich auch von Leuten, die groß, stark, schneller waren. Und wenn du vom Skillset her gleich bist, aber der andere ist deutlich stärker als du, deutlich schneller, hat eine deutlich bessere Ausdauer, dann wird der natürlich mit dir den Boden wischen. Also das ist ein Faktor, ich bin ja Lichtjahre weg von diesem Niveau, von dem wir hier sprechen, aber wenn ich rolle, und ich mache das ja durchaus auch regelmäßig, sagen wir zumindest meine zweimal in der Woche, kriege ich eigentlich meistens hin, ich freue mich immer für jeden Tag, den es mehr ist, und ich mache das auch immer gerne mal, wenn dann irgendwelche Anfänger dabei sind, eine Sache, die fast immer am Anfang mit dabei ist, Ausdauer, ist mit der größte Faktor, die meisten haben auch Power, mehr Kraft auch als ich, junge Burschen, die 19 sind, sind schon gebaut wie ein Kleiderschrank, geben super viel Kraft, aber dann ist nach einer Minute komplett die Luft raus, weil die die Kraft noch nicht einschätzen können, weil die die Ausdauer nicht haben, ja und wenn einer müde und platt ist beim Grappling, machst du mit dem, was du willst, aber wenn er natürlich Power hat wie ein Rhinozeros, Ausdauer hat und nur nach vorne gehen kann, ja dann musst du schon technisch einige Gurtfarben über dem stehen und Tricks beherrschen, um das auszugleichen, und weil wir hier auf Schwarzgurtniveau sind, oder vielleicht sogar Rotgurteniveau sind, ist das halt eine Nummer, da kannst du nicht dann nur mit Skills irgendwie kommen, da spielt die Kraft dann einfach eine Rolle und wenn das ein Openweight ist, Musumeci so gut er auch ist gegen Gordon Ryan, da würde ich mein Geld mit ziemlicher Sicherheit auf Gordon Ryan legen. Klar, dass er jetzt ein bisschen pisst ist, weil er empfittet das vielleicht auch als Seitenhieb ihm gegenüber, aber das wird natürlich auch ein Grund sein, warum viele, oder warum das Grappling mit den eher aufgepumpten Leuten von der UFC wahrscheinlich nicht so mitgetragen wird, weil natürlich muss die UFC als riesengroße Promotion irgendwo dann dort auch einen sauberen Sport machen oder Doping-Tests einführen und dann wird man sehen, wie viele dort auch teilnehmen wollen dann unter diesem Regelwerk. Mich würde es freuen, wenn das mehr in den Fokus rückt, denn wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, mir macht es schon Spaß, das Ganze anzugucken, aber ich bin da skeptisch, ob alle so mitziehen werden, wenn irgendwann hier auch das Geld kommt und es gibt Einschaltquoten und die UFC ist irgendwann auch hier der Ort, wo du das Grappling zeigen möchtest, weil es lukrativ ist, weil du gut bezahlt wirst, gut bezahlt in die UFC, schließt sich ja für einige aus, aber im Verhältnis zu dem, was vielleicht einige fürs Grappling-Stand jetzt bekommen, ja dann werden vielleicht wirklich irgendwann einige umdenken. So ist es auf jeden Fall erstmal ein bisschen Stunk in der Grappling-Welt, mal gucken, ob Musumeci darauf noch antworten wird, Gordon Ryan würde ich auch sehr gerne sehen, ich bezweifle, dass wir ihn irgendwann als was anderem als Grappler sehen werden und ich glaube auch nicht, dass er noch so lange Grappling machen wird mit seinen gesundheitlichen Problemen, ihn als MMA-Fighter wäre sehr interessant, aber ich glaube, da wird er auch seinen Ruf, seine Reputation als weltbester Nogi-Grappler nicht so ein Stück weit aufs Spiel setzen, um dann irgendwie da ausgenockt zu werden beim MMA, ich glaube, der wird auch für immer dann beim Grappling bleiben. Schade, aber kann man irgendwo auch verstehen, Musumeci zumindest hat ja eingeräumt, MMA interessiert ihn auch. Wir werden sehen, ich habe genug gelabert, vielen Dank fürs Einschalten, passt auf euch auf, bis demnächst und let's fight.